Hier ist Professor Markus Rudolf von der WHO, herzlich willkommen hier bei uns. Eigentlich sind diese Briefkastenfirmen ja legal. Was genau macht die jetzt zum Problem? Zum Problem macht die die Tatsache, dass die allermeisten Menschen sie nicht legal nutzen. Also sie sind legal, man kann sie legal nutzen, aber der größte Prozentsatz derjenigen, die Briefkastenfirmen nutzen, nutzen sie eben zum Zwecke der Steuerhinterziehung oder zum Zweck der Geldwäsche. Was sind das für Menschen? Wir haben gesehen, Politiker sind darunter. Oder sind das eher Privatpersonen, eher Geschäftsleute, eher Firmen? Wer nutzt sowas? Es sind typischerweise Privatleute, die sich eben eine solche Briefkastenfirma zulegen, um ihre Identität zu verschleiern. Typischerweise sind es natürlich wohlhabende Privatleute, weil anders macht es ja keinen Sinn, sozusagen das Geld vor der Steuer zu verstecken. Aber es sind Leute, die nicht als wirtschaftliche Nutznießer eines bestimmten Vermögens auftauchen möchten. Wie leicht ist das eigentlich, so eine Briefkastenfirma zu gründen? Es ist relativ einfach, wenn sie bereit sind, die Gebühren zu bezahlen, die dann anfallen. Wie hoch sind die, wenn ich mal fragen darf? Das kann ich Ihnen nicht ganz genau sagen, aber wenn es ein Prozent des Vermögens kostet, dann müssen sie schon relativ viel Steuern sparen können, damit sich das am Ende wieder auszahlt. Also für ein kleines Vermögen macht das wenig Sinn. Ja, wie geht man da vor? Wendet man sich dann an seine Bank oder was passiert dann? Ja, man wendet sich an eine Kanzlei wie Mossack oder Fonseca. Oder man wendet sich eben auch an eine Bank in Deutschland, das war bis vor fünf Jahren Gang und Käbe, die einen vermittelt an eine solche Kanzlei in Panama oder in anderen Steueroasen. Das Ganze scheint ja auch kein Geheimtipp zu sein, da waren ja tausende Menschen involviert. Jetzt ist es so, dass man in Panama seinen Namen hinterlegen musste, aber es gibt auch Staaten oder zum Beispiel einen US-Bundesstaat, in dem läuft das komplett anonym, in Delaware. Wie ist das denn eigentlich möglich? Ja, also die Vertraulichkeit, also die Intransparenz liegt natürlich im Interesse eines Menschen, der versucht, eine Straftat zu begehen mit solchen Konstrukten. Nun ist es in Panama so, dass die Namen zwar hinterlegt werden, aber wie wir sehen, durch ein Leak auch wieder transparent gemacht werden können, weil sie irgendwo in irgendeinem Computer drinstehen. Es gibt aber zumindest der Bundesstaat Delaware oder auch weitere Bundesstaaten in den USA, dort kann man Briefkastenfirmen gründen, ohne überhaupt seinen echten Namen zu hinterlegen. Man kann auch einen Fantasienamen hinterlegen und man bekommt dann als Aufsichtsratschef und als Geschäftsführungschef einen Strohmann oder eine Strohfrau zugeordnet und es ist völlig unmöglich, den tatsächlichen Namen zu identifizieren, selbst wenn es einen Leak gäbe. Das heißt, es ist aber nur in diesem Bundesstaat so. Wieso ist das in Teilen der USA dann eben nicht erlaubt und da schon? Das ist ja ein bisschen kurios. Es ist bekannt, dass es in Delaware eine besondere steuerrechtliche Konstruktion gibt. Darüber hat vor allem auch immer die Schweiz, hat immer darauf hingewiesen, als sie im Fokus der internationalen Kritik gestanden ist vor vier oder fünf Jahren. Denn in der Tat ist es so, dass sie natürlich vor vier oder fünf Jahren relativ gut Geld in der Schweiz verstecken konnten, aber sie können es bis heute entweder in den USA oder in vielen dieser Islands, die letztlich zum britischen Empire gehören. Dazu gehören ja nicht nur die British Virgin Islands, da gehören Jersey, jede Menge von kleinen Südseeinseln, wo sie das machen können. Die dann wieder zum Finanzplatz London gehören, weswegen es wahrscheinlich auch gar nicht so leicht ist, die richtig trocken zu legen, weil da einfach ganz, ganz große Interessen dahinter stehen, oder? Am Ende fließt das Geld nach London und deswegen gibt es sozusagen ein britisches Interesse, diese Dinge zu schützen und bei den Staaten, die in Amerika existieren, fließt das Geld am Ende an den Finanzplatz New York City und auch deswegen ist es schwer, das auszutrocknen. Professor Rudolph, wir sprechen gleich weiter. Professor Rudolph, 50 Milliarden Euro Verlust pro Jahr, schätzt der Chef der Deutschen Steuergewerkschaft. Durch diesen Vorgang der Panama-Papiere, die die Panama-Papiere öffentlich gemacht haben, halten Sie das für realistisch? Also von der Größenordnung wahrscheinlich schon. Es ist vermutlich ein bisschen zu hoch gegriffen. Es gibt eine Zahl von der OECD, die besagt, dass 300 Milliarden Euro etwa der Steuerhinterziehungsschaden weltweit durch Briefkastenfirmen beträgt. Ein Sechstel davon von Deutsch für Deutschland ist ein bisschen zu viel. Aber selbst wenn es nur 20 oder 25 Milliarden sind, das ist sehr signifikant. Die Größenordnung passt. Was droht denn eigentlich denjenigen, die in diese Briefkastenfirmen jetzt investiert haben, die in diesen Skandal verwickelt sind? Das hängt davon ab, ob Sie mit diesen Briefkastenfirmen Steuern hinterzogen haben oder ob Sie einfach nur eine anonyme Firma gegründet haben, mit der Sie rechtgemäß Geschäfte getätigt haben. Das ist ja an sich nicht verboten. Ist das denn, das heißt, Sie würden Ihr Geld verlieren, ist das auch strafrechtlich relevant? Nein, wenn Sie Geschäfte getätigt haben, die rechtmäßig sind, dann würden Sie auch Ihr Geld nicht verlieren. Denn der Eigentümer einer Briefkastenfirma zu sein, ist ja nicht strafbewehrt. Das stimmt. Aber wenn Sie da jetzt illegale Dinge gemacht haben, sind Sie auch strafrechtlich zu verfolgen? Natürlich. Wenn einer beispielsweise Steuern hinterzogen hätte, dann gelten die Steuerhinterziehungsrechte, Gesetze, die es in Deutschland gibt oder in den jeweiligen Ländern und dann werden Sie dafür bestraft. Was kann man denn jetzt sinnvollerweise tun, um diese Steueroasen wie zum Beispiel in Panama trocken zu legen? Transparenz ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg. Die OECD ist dabei, seit vielen Jahren, seit vier oder fünf Jahren, Informationsaustauschabkommen abzuschließen zwischen verschiedenen Ländern. Das legt diesen Sumpf trocken sozusagen. Je mehr Informationen bekannt sind über die Leute, desto weniger besteht ein Anreiz, Steueroasen zu nutzen, um sein eigenes Vermögen zu verbergen. Prof. Rudolf, das Ganze scheint ja jetzt nicht wirklich ein Geheimtipp gewesen zu sein. Warum kommt sowas erst jetzt raus? Glauben Sie, dass es vorher keine Anhaltspunkte gab dafür, für Politiker zum Beispiel? Also ich glaube, die Größenordnung ist überraschend. Dass eine einzige Kanzlei über derart viele Adressen Scheinfirmen tatsächlich verfügt, das ist sehr, sehr überraschend. Dass es das immer gegeben hat, ist nicht so sehr überraschend. Und dass es ein Boom-Wirtschaftszweig ist, die Gründung von Scheinfirmen, ist, glaube ich, auch nicht so besonders überraschend. Aber wie so oft, es ist halt sozusagen dann virulent, wenn es am konkreten Beispiel festgemacht werden kann. Und wenn man einen russischen Staatspräsidenten hat oder einen isländischen Ministerpräsidenten, ist das halt sehr plastisch. Das ist wohl so. Jetzt hat Heiko Maas, der Justizminister von Deutschland, ein Transparenzregister vorgeschlagen als nationale Lösung. Wie sinnvoll ist es überhaupt, eine nationale Lösung herbeizuführen? Bräuchte man nicht eher eine internationale Lösung, die alle Staaten mit einbezieht? Also ganz verstanden habe ich das Konzept noch nicht, inwiefern das sozusagen über das deutsche Handelsregister hinausgeht. Aber abgesehen davon, Transparenz ist geeignet, um solche Dinge sozusagen zu bekämpfen. Internationale Transparenz ist natürlich besser als nur nationale Transparenz. Warum? Weil diejenigen Leute, die sich in solchen Scheinfirmen engagieren, ja gerade Transparenz fürchten. Sie gehen ja dorthin, um ihr Geld zu verstecken. Sei es vor Finanzbehörden oder vor Strafrechtsbehörden. Und wenn Transparenz herrscht, dann verliert das Ganze seinen Charme. Jetzt haben 400 Journalisten über ein Jahr lang recherchiert. Und peu a peu kommt raus, was sie dabei herausgefunden haben. Das folgt einer bestimmten Dramaturgie. Glauben Sie, dass da jetzt tatsächlich noch mehr große Brocken dabei sind, die jetzt herauskommen könnten? Wie ist da Ihre Einschätzung? Ich weiß es nicht ganz genau, aber Herr Maskolo kündigt ja jeden Tag was an, was sozusagen demnächst noch kommt. Er hat heute was angekündigt über China. Er hat was angekündigt auch über deutsche Banken. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich glaube schon, dass noch was kommt. Herr Rudolph, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich bin sehr gespannt drauf.